Hallo, liebe Zuschauer, liebe Weltcup-interessierten Pro Cycling Manager Fans hier auf meinem Kanal. Herzlich Willkommen zur Team-Präsentation des Erstliga-Weltcups im Pro Cycling Manager 2022. Es sind wieder mal 19 Teams am Start, mit dabei natürlich das Team Pardus, was wie immer nicht aktiv in den Weltcup eingreifen wird. Aber ich glaube, selbst wenn wir es tun würden, hätten wir keinen großen Einfluss bei diesen Fahrern. Egal, Pardus ist nur das Team, das wieder mit dabei ist, weil wir halt ein Team auswählen müssen. Es gibt keinen Zuschauermodus im Pro Cycling Manager. Gehen wir auf die einzelnen Teams und Kader und Fahrer kurz mal ein. Wir haben die Mannschaft Agile de Sert Citroën aus Frankreich mit dabei. Dessen Kapitän ist Benoit Cosnefroix, sehr, sehr starker Puncheur mittlerweile. Ben O'Connor ist mit dabei für die bergigen Rennen. Greg van Avermaet und Oliver Nasen sind die Doppelspitze fürs Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster, dann hat man den Allrounder Bob Jungles dabei, Andrea Vendrame eventuell als Sprintoption. Genauso wie Max Sarro, der ebenfalls für die Sprints mit dabei ist. Bei der Auswahl der Fahrer wurde nicht so sehr darauf geguckt, dass man unbedingt die besten sieben Fahrer mit dabei hat, sondern dass man auch auf jedem Gebiet jemanden dabei hat. Es gibt ja Rennen, die wahrscheinlich im Sprint enden werden. Kopfsteinpflaster, Hügel, Berge, Zeitfahren. Und dementsprechend versucht man natürlich, das möglichst breit aufzustellen, um da eben an möglichst viele Punkte zu kommen. Alpecin de König ist die nächste Mannschaft mit dem Sensationsfahrer Mathieu van der Poel. Der hat ja sowohl den Zweitliga-Weltcup komplett dominiert, das muss man so sagen. Und er ist auch der Kapitän in dieser Erstligasaison. Jasper Philipsen ist der Top-Sprinter im Team, gemeinsam mit Tim Merlier. Dann hat man Dries de Bond mit dabei als Helfer fürs Flache und als Sprintanfahrer. Robert Stannard, auch so ein bisschen Mädchen für alles. Vor allen Dingen stark am Hügel. Gianni Vermersch im Kopfsteinpflaster, sehr, sehr gut. Und dann Jay Wein, der ja bei der Vuelta als Bergfahrer richtig hat Aufsehen erzeugen können. Er ist der Bergfahrer im Team, insofern hat man da auch jemanden, der vielleicht Punkte holen kann. Die nächste Mannschaft, Aker Somzig. Auch die sind vor kurzem erst aufgestiegen mit Nairo Quintana an der Spitze, dem Bergfahrer aus Kolumbien. Dann haben sie Nasser Bojani mit dabei für die Sprints und wie schon die letzten Jahre üblich Wormbagie. Ebenfalls für die Berge, aber auch vor allen Dingen für hügelige Rennen. Hugo Ovestadère ist der zweite Sprinter im Bunde, der auch auf Kopfsteinpflaster sehr gut ist. Danny McLean ebenfalls für den Sprintzug eingeplant. Connor Swift haben sie dabei, so ein bisschen Allrounder. Und Mathieu Louvelle, der vor allen Dingen im Kopfsteinpflaster zu Hause ist. Bora Hansgrohe ist die nächste Mannschaft, die wir uns anschauen. Da ist der nominelle Kapitän Alexander Flasov. Allerdings teilt er sich die Rolle mit Jai Hindley, der in der Real-Life-Saison den Giro gewonnen hat. Und damit mit Sicherheit auch einer der Fahrer ist, die im Rampenlicht stehen. Max Schachmann, der Allrounder aus Deutschland, ist natürlich auch wieder mit dabei. Nils Pollitt haben wir ebenfalls, ja, kann man fast schon als Allrounder bezeichnen. Aber vor allen Dingen im Flachen seine Stärke auf Kopfsteinpflaster ordentlich. Also Allround-Talent. Dann Wilko Keldermann, der nächste Berg- und Hügelfahrer. Sam Bennett für die Sprints. Und Marco Haller, der ja vor kurzem erst die Hamburgs High Classics gewonnen hat. Ja, auch nochmal als Helfer mit guten Kopfsteinpflaster- und Sprintwerten. Bahrain Victorious ist die nächste Mannschaft. Angeführt von Mikel Landa, dem dritten des Giros 2022. Damiano Caruso ist mit dabei. Und Matej Mohoric, das sind die drei großen Namen im Team. Dann hat man Sonny Colbrelli mit dabei, der stark auf Kopfsteinpflaster, Hügel und Sprints ist. Ist also auch Allround-technisch gut dabei. Pio Bilbao, ein weiterer starker Bergfahrer. Phil Bauhorst für die Sprints. Und Jan Tratnik ebenfalls nochmal als Helfer und, ja, als Allrounder. Dann die Mannschaft Cofidis aus Frankreich. Die sind ja letzte Saison auch wieder aufgestiegen. Guillaume Martin ist an der Spitze dieser Mannschaft. Der Bergfahrer, dann hat man Brian Cocard dabei, der ziemlich stark im Sprint ist. Simone Consolny, weiterer Sprinter. Max Walscheid, auch der ist sehr, sehr gut im Sprint. Aber vor allen Dingen auch stark auf Kopfsteinpflaster. Ionis Aguirre ist mit dabei für Berge und Hügel. Genauso wie Jesus Errada und Simon Geschke. Den brauche ich euch ja nach der Tour de France nicht mehr vorstellen. Also auch das ein starker Fahrer für alle Rennen mit Anstiegen. Dann die Mannschaft EF Education Easy Post mit Hooch Carthy als nominellem Kapitän, dem Bergfahrer aus Großbritannien. Dann hat man mit Stefan Bissegger einen absoluten Spezialist fürs Zeitfahren. Da sind Punkte beim Chrono de Nations fast schon vorprogrammiert. Alberto Betiol ist dabei. Auch den kann man in die Allrounder-Schublade stecken, denke ich. Nielsen Paulus, ziemlich guter Zeitfahrer, aber auch er mittlerweile ein echter Allrounder. Ruben Guerreiro am Berg und Hügel stark. Dann haben wir Magnus Cord Nielsen. Auch das ist ein Allrounder, wie er im Buch steht. Und Michael Walgren. Und auch auf den trifft das Wort Allrounder ziemlich gut zu. Dann Gruppahme FDG. Die Mannschaft aus Frankreich mit Stefan Küng als einzigen sehr, sehr starken Spezialisten hier an der Spitze. Zeitfahren, seine Spezialität. Aber auch Kopfsteinpflaster. Ist er mittlerweile echt stark. Dann hat man David Gody dabei für Berge und Hügel. Arnaud de Mar, natürlich für die Spritankünfte. Valentin Madoua ebenfalls gut an Anstiegen. Thibaut Pinot, der Bergfahrer des Teams. Rüdi Mollat ebenfalls Hügel und Berge. Und dann hat man noch Kevin Genietz. Vor allen Dingen als Helfer. Aber auch mit seinem ordentlichen Zeitfahrwert. Ein nicht unwichtiger Fahrer im Team. Ineos Grenadiers ist die nächste Mannschaft, die wir uns anschauen. Kapitän laut PCM Filippo Ganna. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass er ein Weltklasse-Zeitfahrer ist. Aber auch er hat sehr, sehr viele gute Werte. Also kann auch bei anderen Rennen durchaus mal in die Punkte kommen. Dann haben wir Dylan van Bade dabei. Den Kopfsteinpflaster Spezialisten. Egan Bernal, der hier noch richtig, richtig gute Werte hat. In echt muss man ja schauen, ob er sich da von seiner Verletzung, von seinem bösen Sturz erholen kann. Und nochmal an diese Werte rankommt. Wir werden es sehen. Hier ist er auf jeden Fall nochmal mit Top-Werten ausgestattet. Richard Carapaz wird ja das Team zum Ende der Saison verlassen. Hier ist er noch mit dabei. Sehr, sehr stark. Geron Thomas, auch sehr stark in Berg und Hügel und vor allen Dingen Zeitfahren. Daniel Martinez, der nächste Berg- und Hügel-Spezialist. Und dann hat man auch mit Richie Porte ebenfalls jemanden, der an Steigungen vorne reinfahren kann. Dann die Mannschaft Israel Premier Tech mit Kapitän Dylan Toynes. Der ist vor kurzem erst in diese Mannschaft gewechselt, ist damit aber startberechtigt für das Team. Er wird vor allen Dingen die Hügel-Fraktion mit und um Michael Woods verstärken. Da hat man jetzt also eine schöne Doppelspitze. Dann hat man Sepp van Markel für das Kopfsteinpflaster. Jakob Fugelsang für Berge und Hügel. Giacomo Nizzolo für die Sprint-Ankünfte. Chris Snylans für hügelige Ankünfte. Und dann Christopher Froome für die Memes in erster Linie. Naja gut, diese Saison war ja wirklich ab und zu mal ganz stark. Ich erinnere mich noch an die Leipzig-US-Etappe, wo er dritter wurde. Ja, natürlich Spezialität, vor allen Dingen Berge. Dann die Mannschaft Jumbo Wismar, angeführt vom Tour de France-Sieger Jonas Winkegaard. Dem vielleicht stärksten Bergfahrer hier im Weltcup. Dann Primoz Roglic mit dabei, der am Berg und Hügel sehr, sehr stark ist. Auch im Zeitfahren eine absolute Maschine. Wout van Aert, der, brauche ich dazu irgendwas sagen? Der ist ja einfach überall ein King. Sogar am Berg 74. Dann hat man Christoph Laporte dabei für Kopfsteinpflaster Sprints. Auch Hügel, Tiespinot, vor allen Dingen am Hügel stark. Kann aber auch sehr viel. Auch Juan und Dennis ist sehr vielseitig. Und dasselbe gilt für Tom Dumoulin, der seinen letzten Weltcup fahren wird. Er beendet ja seine Karriere. Lotto Sudal ist die nächste Mannschaft. In echt kämpfen sie um den Klassenerhalt. Mal schauen, wie es im Weltcup sein wird. Da hat man Cal Buen als Top-Sprinter und als Kapitän. Dann Victor Campenath, der Profi fürs flache Terrain. Dann hat man Arno de Lille dabei. 20 Jahre junger Sprinter. Sehr, sehr stark. Thomas de Rente, der Ausreißer, der Nimmermüde. Dann Philippe Gibert. Ja, der ist mittlerweile wirklich ein Altstar. Hat nicht mehr ganz die Werte, die es braucht, um hier Rennen zu gewinnen. Aber hey, immer noch stark. Tim Valens, auch ein Allrounder. Und dann Florian Vermersch noch fürs Kopfsteinpflaster. Dann die Mannschaft Movistar aus Spanien mit Kapitän Alejandro Valverde. Ja, den gibt es jetzt schon ewig an der Spitze des Radsports. Auch hier ist er wieder der Kapitän dieser Mannschaft. Und man muss sagen, es wird wahrscheinlich sein letzter Weltcup sein. Denn nach dieser Saison beendet er die Karriere. Dann hat man dabei Enric Mass, den sehr, sehr starken Bergfahrer. Zweiter bei der Vuelta 2022 geworden. Also wirklich ein starker Fahrer. Ivan Sosa, ebenfalls für Berge und Hügel. Alex Aranburu, auch wieder so ein Allrounder-Typ, der auch im Sprint ziemlich stark ist. Dann hat man Johann Jakobs dabei aus der Schweiz für die Kopfsteinpflaster-Rennen. Ivan Garcia Cortina, ebenfalls Allrounder, der kann auch Kopfsteinpflaster. Und Max Kanter aus Deutschland ist dann der Top-Sprinter sozusagen im Team. Sechs Mannschaften kommen noch. Die erste davon ist Quickstep-Alpha-Vinyl mit Kapitän und Weltmeister Julien Alaphilippe. Der natürlich vor allen Dingen am Hügel zu den Besten der Welt gehört. Dann hat man Caspar Askren dabei für flache Etappen, für Zeitfahren und für Kopfsteinpflaster. Remco Evenepoel, der frischgebackene Vuelta-Sieger. Ich weiß nicht. Könnte sogar sein, dass der irgendwann nochmal ein Update kriegt, wenn die WorldDB aktualisiert werden sollte. Und dass er dann noch ein bisschen stärker am Berg ist. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Guter Allrounder. Dann hat man Fabio Jakobsen als Top-Sprinter. Mark Cavendish als weiteren Fahrer für die Sprints. Remy Cavagnar für flache Etappen und Zeitfahren. Und Yves Lampard, ebenfalls auch für Kopfsteinpflaster, ist der Belgier zu haben. Also eine starke Mannschaft. Dick Koenig heißen sie nicht mehr. Es ist immer Quickstep-Alpha-Vinyl. Dann Team Bike Exchange, die australische Mannschaft, angeführt von Top-Sprinter Dylan Ronewehre. Dann haben sie dabei Simon Yates, den Bergfahrer. Michael Matthews in Sachen Hügel und Sprint sehr, sehr stark. Caden Groves im Sprint einer der besten. Nicht ganz, aber ein talentierter Fahrer. Lucas Hamilton, Berg und Hügel. Luca Mescetsch, auch wieder Sprint und auch ein bisschen Kopfsteinpflaster-Spezialisierung. Und Matteo Sobrero, vor allen Dingen im Zeitfahren, seine Stärke. Dann das Team DSM mit dem Kapitän Romain Bardet für alles, was mit Bergen zu tun hat. Sören K. Andersen, der Fahrer, der auch wieder mal ein richtiger Allrounder ist. Vor allen Dingen am Hügel stark und in Fluchtgruppen. Dann hat man Thümen Ahrensmann, den 22-jährigen Niederländer, der stark ist in Sachen Berg- und Zeitfahren. Nikias Arndt aus Deutschland, auch wieder ein Allrounder. Gut in Fluchtgruppen vor allen Dingen. Dann hat man Alberto Dalnesel, einen Sprinter, 23 Jahre jung. John Degenkolb, so ein bisschen der Kapitän Dürüt. Vor allen Dingen am Kopfsteinpflaster. Und im Sprint ist er noch ganz ordentlich. Und Nico Denz, der letzte Fahrer im Team. Auch der wieder einer, der unter die Kategorie Allrounder fällt. Als nächste Mannschaft. Und die sind nur aufgestiegen, weil die Mannschaft Kubeka Assos sich aufgelöst hat. Dementsprechend wurde Totalenergies. Dies als Vierter des Zweitliga-Weltcups, der vor Saison noch als Aufsteiger verkündet. Und da hat die Mannschaft aus Frankreich als Kapitän Anthony Thurgis. Außerdem der Star-Neuzugang. Peter Sagan, 32 Jahre alt, aber immer noch ziemlich stark. Dann Pierre Latour, der Einzige, der so wirklich was mit Anstiegen zu tun hat im Team. Alexis Vuillermont, auch der ist ein bisschen gut an Anstiegen. Daniel Oss hat man noch mit dabei als Allrounder. Dries van Hestel fürs Kopfsteinpflaster kann der Peter Sagan unterstützen. Und Edvard Boas von Hagen, auch der 34-jährige Norweger, ist ein sehr, sehr starker Allrounder. Ja, dann die vorletzte Mannschaft. Trexiger Fredo mit Kapitän Jaspers Duiven. Der ist sehr gut im Kopfsteinpflaster. Dann hat man Mats Pedersen dabei für die Sprints. Der war ja vor allen Dingen bei der Vuelta sehr, sehr stark. Quinn Simmons, 20 Jahre jung, hat diese Saison ein paar Mal bei der Tour de France auf sich aufmerksam gemacht. Mit guten Leistungen. Bauke Mollema, mittlerweile 35 Jahre alt. Immer noch ziemlich starker Puncheur aus den Niederlanden. Juan Pedro Lopez, Berg- und Hügelfahrer aus Spanien, der beim Giro ein paar Tage das rosa Trikot tragen durfte. Giulio Ciccone, der Italiener, auch eher an Hügeln stark und an Bergen. Und dann hat noch Edvard Toins, der auch in Sachen Sprint- und Kopfsteinpflaster seine Spezialitäten hat. Und dann als letzte Mannschaft, die Mannschaft ORE Team Emy Reights. Sehr starkes Team. Angeführt vom Nicht-Tour de France-Sieger diese Saison, Tadej Pogacar. Dann Joao Almeida, mit dabei Marc Hirschi, Fernando Gaviria, der Sprinter im Team, Davide Formolo, dann Matteo Trentin als Allrounder und Raffal Maika. Und das sind alles eigentlich Bergfahrer. Bis auf Gaviria und Trentin nur in Abstrichen. Sind das trotzdem alles Fahrer, die an Bergen und Hügeln richtig, richtig weit vorne reinfahren können. Insofern ORE mit Sicherheit auch eine spannende Mannschaft für diesen Weltcup. Aber für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dafür sind sie meiner Meinung nach nicht breit genug aufgestellt. Schauen wir mal, was das gibt. In der nächsten Folge geht es dann also los mit dem Erstliga-Weltcup. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid gespannt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, sagt euer Fritte.